Tagsüber können sie ganz praktisch sein. Nachts sollen sie dich aber am besten nicht aus dem Schlaf reißen. Die Benachrichtigungstöne, wie beispielsweise Klingeltöne oder Sounds vereingehende Benachrichtigungen auf deinem Smartphone. Nach diesem Video weißt du, wie du sie während der Schlafzeit ausstellen kannst. Ich zeige dir das am Beispiel eines Android-Smartphones. Einzelne Details können auf deinem Handy je nach Hersteller ein bisschen anders aussehen. In den meisten Fällen kannst du es allerdings gut nachvollziehen. Dafür bin ich hier auf meinem Smartphone und ziehe einmal mit dem Finger von oben nach unten. Ich gelange dann in diesen Modus, wo ich meine Schnelleinstellungen finde. Hier kann ich einfach auf das Zahnrad-Symbol gehen. Alternativ gehst du auf deinem Smartphone auf die App Einstellungen. Auch die führt dich zu diesen Zielen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder das Ganze verbirgt sich hinter dem Punkt Benachrichtigungen oder unter dem Punkt Ton und Vibration. Ich klicke einmal auf den Punkt Ton und Vibration. Hier gibt es dann den Modus Bitte nicht stören. Dieser Bitte nicht stören Modus, der konfiguriert, was zu bestimmten Zeitpunkten auf deinem Handy klingeln soll und was auch nicht. Dafür tippe ich einmal auf Bitte nicht stören. Hier weiter unten gibt es den Punkt Zeitpläne. Tippe nun einmal auf den Punkt Zeitpläne. Hier kannst du dann einen Zeitplan, beispielsweise für Schlafen, einfach über den Schieberegler aktivieren oder deaktivieren. Passen die Zeiten nicht perfekt, tippe einmal auf den Zeitplan für Schlafen, dann auf Bearbeiten. Dann kannst du den Namen ändern und du kannst hier über Startzeit die richtige Startzeit einstellen. Hier stellst du dann deine Schlafenzeit ein und die Schlusszeit, das ist deine Aufstehzeit, kannst du ebenfalls einstellen. Ich würde den Punkt mit Wecker kann Schlusszeit außer Kraft setzen eingestellt lassen, falls du mal einen frühen Wecker nicht verpassen möchtest. Und jetzt ist es wichtig, dass wir das Bitte nicht stören Verhalten noch richtig konfigurieren. Hast du beispielsweise am Wochenende einen anderen Schlafrhythmus, dann könntest du auch auf Weitere hinzufügen, Uhrzeit klicken. Den nennen wir jetzt beispielsweise mal WO für Wochenende. Und da möchten wir, dass er nur an den Wochenendstagen, also am Samstag und am Sonntag aktiv ist und da dann erst um 22 Uhr beginnt. Und auch hier möchte ich, dass der Wecker das Ganze außer Kraft setzen kann. Jetzt habe ich hier zwei Schlafpläne, einmal für Wochenende und einmal für Schlafen. Aktuell widersprechen diese dich noch, da bei Tage hier auch noch der Samstag und der Sonntag angehakt ist. Jetzt wollen wir konfigurieren, was während des Bitte nicht stören Modus ist passiert. Dafür gehst du in das Menü für Bitte nicht stören zurück und kannst hier nun einstellen unter Apps, welche Apps dir Benachrichtigungen schicken dürfen. Unter Personen kannst du unter anderem bei Anrufe einstellen, welcher deiner Kontakte, zum Beispiel dein Notfallkontakt, dich auch in der Nacht noch anrufen können soll. Du kannst unter Wecker und sonstige Unterbrechungen einstellen, dass der Wecker jederzeit abgespielt werden darf, dass wenn du noch eine App öffnest, wie beispielsweise YouTube, dass auch YouTube weiter Töne machen darf, aber dass beispielsweise Erinnerungen nichts mehr senden dürfen. Außerdem lässt sich unter Apps konfigurieren, welche Apps dir noch Benachrichtigungen senden möchtest. Willst du beispielsweise von WhatsApp noch etwas hören, dann kannst du sagen, dass du hier Anrufe von WhatsApp beispielsweise noch hören möchtest, Anrufbenachrichtigungen, allerdings die Benachrichtigungen für Chatnachrichten nicht mehr aktiv haben möchtest. Und so konfigurierst du dann Schritt für Schritt, wie dein Bitte nicht stören Modus sein soll und in Verbindung mit dem Zeitplan hast du ihn dann immer nachts aktiviert und tagsüber nicht. Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei, dass dein Handy nun mitten in der Nacht nicht mehr klingelt. Wenn dem so ist, schau dir gerne meine weiteren Smartphone-Tipps und Tricks hier bei Tutorial Center an.